und ab in den ladebildschirm und damit auch hallo und herzlich willkommen zum nächsten teil von let's play supreme commander die cybern kampagne steht an und dann wollen wir mal sehen was wir jetzt in der nächsten zeit von der partie so dreißen werden dann muss sagen wir müssen die basis angreifen aber das ist jetzt nur so eine vermutung gut dass man das macht wenn man ein zersperr schätze ich war es doch mal wie hat schützen ausbezeichnen radar aufklärung wir haben dauer radar da muss gerade aufstehen so ist soweit so gut die baunde alles zu sehr gut das hast du wenn man dort einfach mal schicken wir schnell alle dorthin bauen wir weitere techniker schaut es aus mit energie die bauna so die bauna eh gerade entdeckt zwei generator das ist ja gut ich sollte da irgendwo in einem zimmer noch was zu trinken steht aber mal so was sind wir denn da es geht so mittelprächtig wieder hin vom tempo schauen wir mal womit was da zu tun haben aufklärer sogar uns die lösung so weit so gut artillerie stellungen und den kreuzer der uef ok das ist eine artig stellung wenn damit mittlere panzer bewacht gut das sollte man in den griff bekommen ich glaube das kriegen wir auch in den griff ja ja ich sehe schon mal ein problem die artig stellungen zernagen mir da das schild vom brackmann dann noch parken wir da hin auf jeden fall die artig stellung kriegen wir weg und dann werden wir dann mal eine ganze angriffsbombe bauen um den gesagten kreuzer wegzuschießen die müssten wir ja noch finden ob es eine vermutung wo er stehen wird und dann können sie ja da verdammte artig stellung eigentlich halten den kreuzer besser ok so weit so gut auf jeden fall meine artig stellung ist zerstört ok wie kann man das da jetzt zerstören einfach einen überflug machen mit die bomber so 3 4 5 so jetzt müssen wir da mal für mehr energie sorgen und dann das ist nun mal doch alles weg ganz einfachen aufgabe entfernt diese artestellung und steuern wir doch auch noch mal werft sein techniker mehr unterworfen und rechts 100 das ausschlecken nicht aber okay die stellung ist zerstört das ist gut die rüsten auf das ist jetzt fertig und jetzt rüsten wir noch die restlichen die machen auch noch auf tag 2 auf so da muss eigentlich nur eine bomberopter werfen dann haben wir es geschafft das reicht die stellungen sind erledigt dr breckmann ist fast bereit für den abzug von minerva fast bereit für den abzug das ist hilfreich oder mann laut aufklärer rein sehr schön so du musst so nahe hinstellen mhm und torpedower war das eigentlich umsonst schon mal luftabwehr rein die sind alle beweglich nein natürlich nicht das wäre viel zu einfach gewesen oh ja genau schießt sie mal alle auf den kreuzer bitte geht doch mhm so sobald die lkw's den bunker verlassen stehen sie unter ihrem kommando steuern sie sie zu dem geld das sich westlich von ihnen befindet orts ende das sich westlich von uns befindet das ist meine chance die erste gruppe lkw's hat den bunker verlassen stehen jetzt unter ihrer kontrolle kommander orts ende ich glaube denen werden wir dann geleitsschutz geben und zwar wir haben da immer noch nicht gut genug fahrzeuge aber gut leute wie sie machen mich krank das ist jetzt irgendwie unhöflich ok ich habe ein problem vor allem haben wir an zu kommen also der nächste gruppe geht wo ist überhaupt nach ihrer befehle brauchen kann ja gut ganz stolz der techniker paul und dann war schwerer panzer problem werden wir sind das tun ich bin mir froh dass es gerade kein soundpack war das heißt wenn wir doch mal absperren irgendwie fängt das spiel an zu spacken aber gut die sind immer drin das ist gut sehr schön und los nächste konvoi in reihen geschützend ist natürlich eine schlechte idee machen wir gleich das ist ja auch mal halbwegs gesichert wenn meine höchstbegabten was auf die reihe kriegen würden aber zumindest lohnt sich wenn sie da vorbeifliegen das ist eine schöne stelle da noch hin eigentlich schmeißt doch dass sie da durchkommen oder aber wenn sie da herkommen überall stehen sie es nicht lang das ist schon mal sehr gut ich höre schüsse da hinten ok das ist noch mal nicht in der range wie immer sagen meine raketenbewerfer mal die sind noch sehr interessant da sind die nächsten konvois jetzt unterwegs sehr schön die haben es rein geschafft ok soweit so gut ah ob der abfangjäger mitkommen machen wir doch mal eine patrouille der trick hat perfekt funktioniert während sie sie mit den lkws abgelenkt haben dann bin ich woanders entkommen gut gemacht mein junger mein junger hör mal auf mich zu jungen dr brackmann hat den planeten verlassen und ist in sicherheit ihre befehle lauten sich um den uef commander zu kümmern und ihn zu töten er soll dafür bezahlen dass er unseren geliebten vater angegriffen hat dafür endlich mal einheit bekommen würde no yes einsatzgebiet ausgewandt kann und das war es da ist aber meine sachen vielleicht nichts aber sie werden nicht so ein glück hat kann mit mit bro die kaputt mit schiffen beziehungsweise brauchen wir doch mal fünf oder noch mit so zwar da hoch kann das sein dass wir auf der gleichen karte nicht schon noch mal schon noch mal ein gefecht gehabt haben ich bilde es mir zumindest ein ok zwei zu gut bauen wir mal aufklären und dann bauen wir mal zur kanonenpote so das stück wird es noch ein zwei techniken drauf man will sie mit dem treiben sehr schön hm ressourcen haben wir jetzt auch genug quantum gate und den können wir zerstören das heißt das braucht man nicht mehr verteidigen wir schießen schon die ersten triads auf mich wartet ihr die triad doch bitte zum schießen ja sie tun zumindest sowas wenn sie es interessieren würde so kommen wir jetzt sneaky lillard mäßig mal her und zerstören die zertriert ok 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 aber wir haben kanonenpote mit beziehungsweise hau mal jetzt einfach mal kanonenpote das ist gut wir bauen da jetzt einfach mal unser amphibeltanzer hin 30 sollte reichen so dann noch ein zwei techniker hin auch davon haben wir jetzt zähne fertig machen wir da mal einen angriff schauen wir mal wie die basis das ausschaut das wird angestellisch wahrscheinlich in die feige aber was solls ok der triad ist so gut wie kaputt ich stehe da ist ein großes luftverteidiger wie gesagt kanonenpote sind halb so stark wie es ist wie ich es gerne hätte sagen wir so da geht ordentlich was weiter bei den renegades amphibienbanzer werden auch immer mehr sehr schön hm hm ich glaube ich werde dann einfach ich werde dann einfach ich werde dann einfach irgendwann irgendwann überrennen vielleicht können wir zumindest dann mal patrouillieren so 20 U-Boote dahin sehr schön das machen meine abfangjäger das gibt es eigentlich nicht willkommen noch zu triad kaputt ja sehr schön so das heißt wir haben da noch ein triad dann hat er dreht glaubt den krieg kaputt da müsste man mal reinschauen was das so die marine basis da so tatsächlich stark macht dann noch zu bauen 9 7 zu bauen man tut uns eh nix lass doch mal mitbauen die tierraketen ok das sind aber auch verbündete raketen ok sehr sympathisch 10 haben wir davon fertig hm wir werden mit dem amphibienbanzer angreifen erste triad dann das teil und dann vor allem was sind was das für Gebäude die das sind hm der gesperr dazwischen ok dann machen wir so ein überflug die zweite flirgt so mal schauen was uns da mehr erwartet jetzt das müsste man da jetzt schon nochmal zwei U-Boote stehen das hat er denn immer ganz so alleine aha da haben wir weitere triads stehen ich glaube wir mussten mit dem amphibienbanzer wirklich nur dahinten diese drei Geschütze weg machen joo dann haben die doch relativ Ruhe aber meine Raketengeräte die mobilen Raketenwerfer die hauen uns schon rüber sie werden heute sterben sie werden heute sterben jetzt muss ich aufhören meine mit vielen Konzern anzugreifen oh man was ist denn das wäre Ort man das ist ja unerhört ich versteh sie unerhört wie das war doch einfach so wie wir haben viel mit unserer machen wenig schaden aber je Aflakati ist weg Wahnsinn das weg das gebäude weg das gebäude weg damit fertig sein sollte dann nicht ziemlich nachhaltig sein da haben wir nur und für uns zeigen soll verteidigung beziehungsweise bin ich schon so viel aufmache einfach ab und dort auf den commander oh man das war eine sehr gute idee das war eine gute idee komplizierter base sonnengreifen und zerstören wenn man auf den commander weg föhnen kann sehr schön heider würde es lieben ja gut das haben wir zerlegt aber mein gott gut ganz unerfolgreich gut kills verluste anziehen das passt alles klar gut ich melde mich dann wieder beim nächsten teil freue mich wenn ihr wieder zuschaut und sag bis dann servus leute